Tesla Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör für euer Fahrzeug, wie zum Beispiel die To Be Fair Gummimatten, die Schutzblenden, Jackpads, Performance-Pedale, den DC-Schutz oder auch die Organizer-Box. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code TeslaWelt. Link gibt es unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Ich habe heute mal eine ganz besondere Ausgabe für euch, nämlich mit einem Gast, dem Ronny vom YouTube-Kanal Elektro Ronny. Hallo Ronny, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du berichtest auch auf deinem Kanal über Tesla. Schaut mal unten in die Beschreibung rein, da habe ich das Ganze verlinkt. Ihr findet ihn auch einfach so auf YouTube unter Elektro Ronny. Wir wollen uns heute aber mal mit einem Thema speziell mit Tesla und dem Jahr 2023 befassen und uns vor allem mal Überlegungen und Gedanken machen, was denn im Jahr 2023 bei Tesla so alles passieren wird. Ja, das wird sicher spannend. Ich freue mich schon drauf und ich denke, wir könnten einfach mal direkt einsteigen. Es war ja schon ein heftiges Jahr 2022 eigentlich, wenn man das so bedenkt mit Werksschließungen. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Was war für dich denn so das Herausragendste im Jahr 2022? Vielleicht bevor wir über 2021 reden. Das Herausragendste erstmal, klar, für mich jetzt, ich hatte jetzt das Tesla Model X Plaid gehabt und dass sie jetzt endlich nach Europa gekommen sind, wo ja einige Leute, ich habe mit vielen gesprochen, die schon seit zwei Jahren das bestellt hatten, also 2020 bereits. Und jetzt Ende 2022 im Dezember, um genau zu sein, sind sie erst quasi dann nach Deutschland oder Europa mehr oder weniger gekommen. Das war ja schon sehr, sehr spät. Also man würde da auch wieder wahrscheinlich von Elon Time sprechen, Two Weeks und so Scherze. Aber das sind wir ja gewohnt. Aber ich denke auch einfach, dass hier ganz einfach schwierig zu kalkulieren ist, wann was wie genau funktioniert, weil auch die Pandemie hat natürlich einiges zurückgeworfen. Ich denke mal, da gab es dann auch mit Chips Probleme und so weiter. Also für mich war das mit so mein Highlight 2022 natürlich dann auch die Umstellung bei Tesla. Zum Beispiel Auslieferungen wurden jetzt zentralisiert. In NRW zum Beispiel, da wurde aus Köln nichts mehr rausgelassen. Ich selber komme ja aus der Nähe von Köln, also im Süden. Und da gibt es dann halt Köln nicht mehr als Auslieferungszentrum, sondern das ist jetzt Essen geworden. Für Gesamt-NRW soll das mal irgendwann so sein oder ist es sogar schon. Und das sind so, also man merkt, die sind immer im Wandel und das macht mich auch speziell, warum ich auch mich eigens nur mit Tesla auch mittlerweile noch beschäftige. Klar, ich fahre mal hier und da mal ein anderes Elektroauto, aber Tesla ist einfach, was das angeht, die machen einfach so viel anders. Und das finde ich einfach gut daran. Ja, also Model S und X wieder in Deutschland und Europa. Das war definitiv ein großes Highlight. Lag sicher auch an der großen Nachfrage in den USA, dass sie das so lange dann bei uns eben nicht gebracht haben. Aber jetzt ist es endlich soweit. Und ja, ich habe es ja mit dir auch schon besprechen können, das Model X Plaid beim T&E Talk in Hilden. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Und ja, das war definitiv auch für mich ein Highlight. Und naja, ich fand auch wirklich bemerkenswert, dass Tesla trotz der ganzen Probleme, die es ja mit der Lieferkette gab, die es aber auch durch die Covid-Shutdowns in China gab, es geschafft haben, so viele Fahrzeuge zu produzieren. Denn das Ziel bei Tesla ist ja, oder die Vorgabe, die sie selbst sagen, sind ja 50 Prozent Wachstum jährlich. Und das soll über die nächsten zehn Jahre erfolgen, nicht unbedingt jedes Jahr. Das haben sie auch ganz klar gesagt. Das heißt, manchmal kann das ein bisschen drunter liegen, manchmal liegt es dafür, aber vielleicht wieder auch ein bisschen drüber. Dieses Jahr könnte es vielleicht noch klappen. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Vorher aber vielleicht eine, ja, mal andere Frage. Denkst du denn, dass Tesla 2023 immer noch Elon Musk als CEO weiter hat? Sehr spannende Frage. Ich war da ein bisschen drauf gefasst, dass du das fragen würdest, weil wir haben uns ja jetzt nur kurz besprochen. Ich bin der Meinung, denn Elon hat ja selber mal geäußert, ich beschäftige mich natürlich auch sehr viel mit der Person Elon Musk, habe mir auch einige Biografien, also was heißt einige, es gibt ja nur zwei offizielle, davon mal reingezogen. Und ja, wichtig war, dass er selber mal sagte, es gibt irgendwann eine Zeit, da sollte man als Person in einem gewissen Alter keine wichtigen Entscheidungen mehr treffen. Und ich bin und hoffe, dass er das dann selbst auch beherzigen wird. Ich hoffe, dass er dann zu dieser Aussage noch steht. Er ist selber jetzt 50, etwas über 50, ich glaube 51, 52 müsste er jetzt sein. Das Problem ist halt, ich kann mir gut vorstellen, dass er das machen wird. Wir alle wissen, er ist gerne im Internet auch, also auf Twitter. Seine Tweets sind nicht immer so 100 Prozent, wo ich alles für voll nehmen kann. Daher ist das auch immer relativ witzig oder wie auch immer fast. Aber ich finde es krass, gerade auch jetzt die Twitter-Sache, wo er ja auch gesagt hat, wie seht ihr das als CEO, sollte ich da zurücktreten? Das war ganz eindeutig, dass alle von Twitter, die abgestimmt haben, gesagt haben, ja, es wäre besser, wenn du da weggehst. Aber das war wahrscheinlich eher so gedacht, dass sie halt hoffen, dass er dann wieder mehr bei Tesla. Und ich hatte nie so ein bisschen das Gefühl, dass er das nicht mehr schaffen würde und CEO sein von diesen Firmen, die ja da sind. Es sind ja nicht nur Tesla und Twitter, SpaceX etc., wo ja da überall mit drin ist, Boeing Company etc. Also das sind ja so Sachen, die vergessen viele Leute und die projizieren das immer auf Tesla. Und ich sehe das halt ein bisschen anders. Ich hoffe nur, dass er halt wirklich dann das beherzigt, was er selber gesagt hat. Ab einem gewissen Alter soll man nicht mehr solche Entscheidungen treffen sollen. Du hast jetzt speziell gefragt, ob ich das denke, ob es 23 vielleicht wird. 23 nicht unbedingt der Nachfolger stehen. Aber ich denke schon, dass er da hingehend das Ganze schon bauen wird. Also Tesla, also ich denke, dass er da schon vielleicht seine interne Sache schon steht. Und dass es da vielleicht auch schon Gespräche gab oder sowas, wenn es darauf abzielt. Aber spannend wird dann wohl eher sein, aus welchem Teil der Erde die Person dann kommt. Das wird dann viel, viel spannender sein. Aber du gehst erstmal davon aus, dass 2023 CEO weiter Elon Musk heißt oder bleibt. Ja, das würde ich sagen. Ich gehe davon aus, dass 2023 so das noch bleibt. Wie gesagt, intern wird das mit Sicherheit laufen schon, solche Gespräche und wahrscheinlich Herangehensweisen. Weil das planst du nicht von, ich sag mal, in einem Meeting oder sowas. Das muss man weit vorbereiten, gerade bei solchen, sag ich mal, doch krassen Firmen. Also wenn man mal bedenkt, wir hatten auch letztens mal darüber gesprochen, der Anteil, also jetzt nur die Marktkapitalisierung von VW oder von Tesla sieht. Und Tesla gibt es jetzt seit, also offiziell seit 2002 und VW seit über 100 Jahren. Das ist schon ein Unterschied, wenn man das mal so einfach mal nur so vor Augen hält. Und deswegen, ja, das, was ich sage, 2023 Elon Musk. Ja, dem schließe ich mich an. Ich glaube auch nicht, dass er da so schnell jetzt komplett die Position wechselt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Tom Suh, von dem wir in den letzten Wochen vielleicht auch mehr gehört haben, der ja eigentlich Tesla China leitet, dass er sozusagen vielleicht President of Automotive wird und dann quasi für die Automobilproduktion an oberster Stelle steht. Aber ich denke, Elon hat natürlich gesagt, dass man irgendwann vielleicht keine solchen Entscheidungen mehr treffen sollte, keine wichtigen Entscheidungen mehr treffen sollte in einem gewissen Alter. Aber ich glaube, mit 52 ist man dann noch nicht ganz so weit. Also das hoffe ich zumindest. Und ich glaube, er hat da vielleicht eher an solche Leute wie Biden gedacht, die halt dann Präsident von den Amerikanischen, ja, von Amerika werden und dann eben, ja, über 70 sind oder noch älter sind zum Teil. Und genau, ja, also Trump wäre ja jetzt auch, falls er wieder antritt, schon fortgeschrittenen Alter, sag ich mal. Und ich denke, Elon hat sich da vielleicht eher darauf bezogen. Und er hat eigentlich immer gesagt, dass er, solange er denkt, dass er einem Mehrwert Tesla bieten kann und dort gebraucht wird, dass er da eigentlich bleiben möchte. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass er da abtritt, weil so weit ist es noch nicht. Ich glaube, er kann da noch sehr viel leisten und tut das auch. Und deswegen fände ich es relativ schockierend, wenn er da jetzt komplett rausgehen würde. Ja, man kann natürlich darüber reden, ob man als CEO, ja, ob er CEO sein muss und ob er nicht vielleicht einfach als Leiter der Produkte sozusagen dann dort weiterarbeiten könnte und sich dort dann vielleicht auch noch mehr einbringen könnte und nicht diesen ganzen nervigen CEO-Kram noch an der Backe hat. Aber selbst das glaube ich eigentlich nicht. Also ich denke auch, der wird da dabei bleiben. Ja, dann habe ich gedacht, sollten wir natürlich auch über Teslas Ziele und Wachstumsziele sprechen. Denn die Tesla-Aktie, die ist ja bereits seit Wochen und Monaten im fast freien Fall gefühlt. Ja, du hast gerade die Marktkapitalisierung angesprochen. Die war eben vor einem Jahr noch deutlich anders als jetzt. Und die Frage oder die Zweifel, die geäußert werden, sind genau, ja, oder betreffen genau das Wachstum bei Tesla eigentlich. Dort wird bezweifelt, dass sie weiter ihre Wachstumsziele von 50 Prozent erreichen können. Nachfrage wird immer angesprochen in China, vor allem große Fragezeichen. Tesla hat ja auch Preissenkungen vorgenommen und gibt Rabatte, wobei für mich jetzt nicht immer ganz klar ist, ob sie das halt machen, weil sie in manchen Märkten derzeit eben besonders viele Fahrzeuge haben und die erstmal weg lokal sozusagen an den Mann bringen müssen oder ob es sozusagen ein generelles Problem tatsächlich gibt. Das werden wir sehen. Elon hat aber auch tatsächlich von einer Rezession 2023 gesprochen, die er angekündigt hat, wo er denkt, die kommt, wie schlimm die ausfällt. Das kann niemand so richtig sagen, er auch nicht. Und er hat aber auch gesagt, dass er Volumina über Marge stellen wird. Das heißt, ihm geht es eigentlich darum, dass er möglichst viele Autos liefern kann, auch wenn er dafür dann die Preise senken muss und dann dementsprechend weniger Marge hat und sogar vielleicht Verlust macht. Das hat er auch gesagt. Wie siehst du das, was die Produktions- und Wachstumsziele angeht? Tesla geht ja von 50 Prozent Wachstum eben so plus minus aus jährlich. Vielleicht nochmal zu diesem Jahr. Denkst du denn, sie schaffen es dieses Jahr? Ich wünsche es mir, glaube aber, dass vielleicht die 50 Prozent nicht so 100 Prozent realistisch sind. Denn wir hatten ja den Lockdown in Shanghai, der locker zwei bis drei Wochen gedauert hat. Und das dann auch natürlich, ich sage jetzt mal, einiges an Zahlen. Das hat ja bei uns zu einem Stau geführt von mehreren Monaten. Das war ja damals zu dem Zeitpunkt mit den ganzen Model 3-Auslieferungen, wo es dann nachher fast ein Jahr Lieferzeiten gab. Und ich selber habe in der Community auch Leute, die ein Dreivierteljahr gewartet haben, was für Tesla einfach, das gab es, das kannte man gar nicht. Also Lieferzeiten von einem Dreivierteljahr gab es bei Tesla noch nie. Früher hast du bestellt, einen Monat später stand der Wagen vor der Tür. Ja, absolut richtig. Das hat dir locker 100.000 Einheiten gekostet, diese Pause in Shanghai. Also ich gehe fast schon von ein bisschen mehr aus, weil jetzt so langsam abgearbeitet wird. Und ich gehe einfach davon aus, dass auch das Hochfahren in Grünheide hat dazu auch natürlich noch ein bisschen was zu tun, dass man da eigentlich längst ja auf drei Schichten sein wollte. Das ist auch nicht so ganz. Ich habe das von Tobias Lind ein bisschen verfolgt, dass das nicht so ganz 100 Prozent hingehauen hat. Und ja, das ist alles so Kleinigkeiten. Und dann das Batteriewerk sollte auch eigentlich ja schon längst laufen in Grünheide, ist auch nicht so ganz. Ich denke, dass diese Dinge einfach dazu eingreifen, dass du halt dann wieder logistische Aufwände, sage ich mal, betreiben musst, dass du Batterien genügend vorrätig hast, die du selber jetzt hier hättest produzieren können, aber die einfach noch nicht da sind, weil das Ganze noch nicht fertiggestellt hat. Also ich sage mal nein, das ist dieses Jahr nicht ganz scharfen. Ja, da muss man sich ja auch immer angucken, ob man die Produktion eben nimmt oder die Deliveries. Das ist auch noch mal ein kleiner Unterschied. Ich habe mir die Zahlen noch mal fürs Q3 angeschaut und da stand Tesla bei 930.422 produzierten Einheiten. Und um 50 Prozent zu wachsen, müssten sie knapp 1,4 Millionen Fahrzeuge bauen. Das heißt, es fehlen für das vierte Quartal 465.000 Fahrzeuge. Das ist schon noch mal richtig viel. 465.000 Fahrzeuge. Ja, mal schauen, ob sie das produziert bekommen. Bei den Deliveries ist es sogar noch ein bisschen mehr. Da wären es, glaube ich, 495.000, die sie liefern müssten. Und ja, sie hatten natürlich ein bisschen Inventar vom letzten Quartal noch. Aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein bisschen knapp wird. Aber nächstes Jahr, da müssten sie ja dann 2,1 Millionen schaffen. Also zumindest was die Produktion angeht, knapp 2,1 Millionen Fahrzeuge um die 50 Prozent zu erreichen. Wie schaut es da aus? Was denkst du? Nächstes Jahr sehe ich das Ganze auf jeden Fall positiver. Ich denke, weil jetzt auch die Pandemie allgemein sich hier langsam so abflaut. Das merkt man natürlich auch bei den einzelnen, sage ich mal, Umgebungen, Umkreis bei uns. Das wird natürlich weltweit auch zutreffen. Ich gehe auch davon aus, dass gerade, weil in China ja jetzt auch gesagt wurde, man geht da ein bisschen von dieser Null-Covid-Toleranz ab. Das wird dann auch Tesla ein bisschen mit reinspielen. Man muss einfach sagen, dass Shanghai natürlich den größten Output hat. Dass Fremont nicht schafft, das schafft Texas noch nicht. Also Austin halt, das schafft Grünheide noch lange nicht. Und klar, wir haben natürlich jetzt auch ausstehend, dass noch mehrere Fabriken geplant sind oder im Gespräch sind. Aber auch die müssen erst mal gebaut werden. Da muss erst mal hochfahren. Aber ich sage, nächstes Jahr wird auf jeden Fall ein Tesla-Jahr werden. Und ich sage nächstes Jahr, dass sie das vielleicht sogar schaffen oder sogar übertreffen. Ja, ich habe mir das auch noch mal extra vorher angeschaut. Das versuche ich mal einzublenden. Das kannst du vielleicht nicht sehen, aber trotzdem blende ich es dann sozusagen im Video ein. Im Q3-Quartalsbericht, da stehen immer die Kapazitäten der Fabriken drin. Da hat Tesla angegeben, dass sie in Fremont, also in Kalifornien, 100.000 Model S und X bauen, 550.000 Model 3 und Model Y. Bei Shanghai haben sie nur über 750.000 angegeben und bei Berlin und Texas über 250.000. Das ist wie gesagt Kapazität und man muss auch immer ganz wichtig dazu sagen und verstehen, dass Kapazität nicht gleich Produktion ist. Denn die Kapazität ist eben die theoretisch mögliche Kapazität der Fabrik. Und dann gibt es aber immer noch einige Wochen, in der eine Fabrik auch mal still steht, wo Maintenance und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Und dementsprechend ist natürlich gerade, wenn wir uns jetzt hier Berlin und Texas anschauen, da sind wir noch lange nicht bei 250.000, was die Produktion angeht, sondern die haben gerade 3.000 pro Woche das als Meilenstein getroffen, dass sie 3.000 Autos dort jeweils in Berlin und in Texas bauen können. Das sind dann hochgerechnet 150.000 Stück im Jahr und eben nicht 250.000. Da sieht man schon, dass diese Kapazitätsangabe nicht ganz stimmt. Sie stimmt aber auch nicht bei Shanghai, denn Shanghai ist da bereits längst weit über den 750.000. Und ja, die Kapazität ist eher bei 1,1 Millionen, habe ich mir mal auch mal angeschaut. Und das heißt, die Tesla-Angabe aus dem Q3, die war eigentlich 1,9 Millionen Fahrzeuge, haben wir als Kapazität in den Fabriken und das Ziel wären, wie gesagt, 2,1 Millionen Output für nächstes Jahr. Shanghai, wenn wir uns das mal angucken, ist im November, haben sie 655.000 Autos gebaut. Das heißt, Shanghai wird definitiv auf 750.000 tatsächlich Produktion kommen dieses Jahr. Und da ist, wenn wir uns mal die Produktionsrate vom November allein anschauen, die lag bei über 88.000 Autos. Wenn du das hochrechnest, sind wir schon bei über einer Million. Also wenn man sich nur die Rate, die jetzt im November erreicht wurde, anschaut, da sind sie schon fast bei den 1,1 Millionen angekommen, allein aus Shanghai. Und wenn ich da jetzt sage, na gut, Fremont, da geht es ja auch noch weiter voran. Sie steigern da auch die Produktion weiter. Vielleicht schaffen sie es dann auf 600.000 Model 3 und Model Y und vielleicht nochmal 100.000 Model S und X obendrauf. Und sagen wir mal, in Berlin und Texas kommen sie tatsächlich auch auf die 250.000 nächstes Jahr. Ja, dann glaube ich, sind wir da schon locker drüber. Das wären dann 2,3 Millionen und von dem her stimme ich dir da auch zu. Das wird kein Problem sein, das nächstes Jahr zu erreichen, diese 50 Prozent. Aber wie gesagt, Tesla hat ja auch gesagt, es gibt Jahre, wo sie dann da drunter liegen können. Das kommt eben darauf an, wie schnell sie auch Fabriken weiter bauen. Das hat er ganz klar gesagt, richtig, richtig. Wie gesagt, ich denke auch, dass Grünheide und jetzt Texas natürlich dann noch hochfahren werden. Das ist ja dann mit den 150.000, die du jetzt angesprochen hast, die werden dann ja natürlich irgendwann mal auch erreicht werden. Und dann ist es ja jetzt auch, ich glaube, ich weiß nicht was, Grünheide sogar oder in Texas, wo jetzt die neuen Roboter geliefert wurden. Das heißt, das deutet alles darauf hin, dass da eine neue Straße errichtet wird, weil die wird ja nicht einfach ausgetauscht. Wir dürfen auch nicht vergessen, jetzt aktuell, Shanghai ist geschlossen worden, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist angekündigt worden zum, wie du schon gesagt hast, Maintenance, dass jetzt quasi dort Überarbeitungen stattfinden, vielleicht auch wieder Optimierungen, dass dann da auf einmal ein ganz anderer Output rauskommt. Wir wissen, bei Tesla ist es nicht so möglich. Und deswegen, ich gehe auch davon aus, dass solche Rückschritte, aber ich finde es immer wieder krass, wie sie solche Rückschritte dann doch wieder nach vorne für Positives sehen, dass sie das dann trotzdem immer wieder schaffen. Also, das ist einfach Wahnsinn, wenn ich mir andere Autobauer anschaue, die immer noch extreme Lieferprobleme haben, wo ich Bekannte auch im Bekanntenkreis habe, die seit über einem Jahr auf ihr Fahrzeug warten. Das ist Wahnsinn, also einfach unbeschreiblich. Mit wesentlich größeren Kapazitäten weltweit, muss man auch mal sagen. Ja, das ist schon sehr eindrucksvoll, wie Tesla das immer wieder schafft. Und ja, was hätten sie wohl geliefert, wenn Shanghai nicht fast einen Monat stillgestanden hätte? Das muss man auch mal sehen. Dann wären diese 50 Prozent Wachstum eben auch gar kein Problem gewesen. Auch dieses Jahr nicht. Auch mit Problemen in der Lieferkette, wie du schon sagtest. Ja, die Roboter in Texas war das übrigens. Da gab es neue KUKA-Roboter und da müssen wir auch über was sprechen. Das haben wir jetzt vollkommen ausgelassen. Und zwar ist das der Cybertruck, denn der startet 2023. Und zwar Mitte des Jahres will Tesla die Produktion beginnen und bis Ende des Jahres dann zur Massenproduktion kommen. Und da wäre es natürlich auch direkt eine Frage an dich. Wie denkst du, wird das laufen? Wie viele Cybertrucks sehen wir 2023? Die Frage ist, was haben sie sich als Output vorgestellt? Ich denke, wenn die Produktion hochfährt, wir wissen beide, dass jetzt in Texas, die ist ja auch ganz anders konzipiert, wie jetzt zum Beispiel Fremont. Fremont ist ja damals auch gekauft worden. Ich glaube, Ford war das damals, wo sie da eingezogen sind. Und dort haben sie auch immer gesagt, das war nie optimiert. Und alle Fabriken, die da nachgekommen sind, ob es Shanghai, ob es jetzt Grünheide oder Texas, die sind ja alle optimiert darauf, auf diesen hinten Einzelteile rein, vorne fertiges Auto raus. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die da schon so die Woche, ich sage jetzt mal vorsichtig, vielleicht 500, vielleicht 1.000 Stück die Woche anpeilen. Gerade beim Cybertruck, der war ja auch, ich meine, sehr günstig angeboten worden, wo man jetzt mittlerweile den Preis dann auch relativiert hatte. Man konnte ja sogar aus Deutschland bestellen, wo ich immer nach der Meinung bin, wer weiß, ob der jemals hier ankommt, weil das ist ja doch schon riesig. Also es gab da diesen Vergleich zwischen dem Y und zwischen dem Cybertruck. Und da muss ich schon sagen, ich hatte jetzt den X. Also wenn das wirklich so groß wird, das Ding, dann den packst du hier nicht mal eben bei einem. Ja, das glaube ich auch nicht. Hast du einen bestellt? Ich nicht, nein. Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, ich habe vier bestellt. Echt? Krass, okay. Ja, aber eigentlich mehr so nicht, weil ich den Cybertruck, also ich finde den super. Ich würde den jetzt nicht selber unbedingt als Auto fahren können oder fahren wollen, weil er bei mir einfach überhaupt nicht in die Straße passt. Also das wäre schon ein Problem. Allerdings, warum ich die Bestellung gemacht habe, war, weil Tesla das Full Self Driving Paket zu dem aktuellen Preis damals angeboten hatte und auch den Preis da definitiv reingeschrieben hat, dass der Preis sozusagen dann auch der bleibt, den sie da angeboten hatten. Und ich dachte mir, naja gut, das ist jetzt wie so eine Call Option auf die Zukunft des autonomen Fahrens und dann bestelle ich den mal und schaue mal, was daraus wird. Genau. Da bin ich mal gespannt, ja. Ja, da bin ich auch gespannt. Was die Cybertruck-Produktion angeht, ich finde, das ist, also mir geht es da so, dass ich das ganz schwierig finde einzuschätzen, weil der Cybertruck hat ja nochmal ganz neue Technologie, auch wie er gebaut wird. Das ist alles neu. Da gibt es ganz viele neue Dinge, die Tesla einführen wird. Und wie das läuft und wie da der Production Ramp oder das Hochfahren der Produktion läuft, das ist schon sehr schwierig. Wenn sie jetzt so eine Aussage machen, okay, wir starten Mitte des Jahres und wollen bis Ende des Jahres dann in die Massenproduktion, dann würde ich mal vielleicht sowas vorsichtig auch eher wie Berlin oder Texas mir anschauen, wie es da gelaufen ist. Und ja, würde vielleicht sagen, naja, 3000 Stück Ende des Jahres pro Woche. Das wäre dann aber schon, ja, sehr positiv. Ja, da bist du schon weiter als ich. Da bin ich ein bisschen optimistischer vielleicht. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr komplex, weil es da so viele Fragezeichen gibt, was die neuen Produktionsprozesse angeht, dass das auch durchaus weniger sein kann. Und so als Zahl würde ich jetzt mal einfach, weil wir wollen ja hier so ein paar Vorhersagen treffen, einfach mal in den Raum stellen, dass wir 20.000 Cybertrucks nächstes Jahr dort sehen werden, bis Ende des Jahres. Das sehe ich, ja, sehe ich realistisch. Gar nicht so, ja. Mal schauen, wie es läuft. Ich denke auch, dass der Cybertruck das Ganze ja noch mal ganz anders beflügeln wird auch, weil, und ich bin auch immer noch der Meinung, weil du ja sagst, wir wollen ein bisschen Zukunft schauen. Der Elon hatte ja auf 2020 war es, glaube ich, hat er ja diesen für, 23 war es, glaube ich, oder sogar 22, den kleinen Tesla, wo es wie nach wie vor noch keinen Namen für gibt. Und da bin ich mal gespannt, wie man das handhaben wird, weil es gab ja jetzt auch diese Äußerung von wegen der Roadster zum Beispiel, also der zweite Roadster nenne ich ihn jetzt einfach mal, oder Refresh Roadster, dass der ja gar nicht mehr kommen wird, weil es ja jetzt die Platt-Modelle gibt, die das ja quasi obsolet machen würden. Und da bin ich mal gespannt, wie das so, ja, 23, ob wir da Informationen zu kriegen. Interessant wäre auf jeden Fall der kleine Tesla, weil ich denke auch, dass das, wenn sie jetzt auf Marge dann gehen, also auf Kapazität, wir wissen ja beide, dass die Fabriken erweitert werden, also Shanghai wird erweitert, Texas ist schon geplant, Berlin wird schon gerodet, sagt man ja so schön. Also das wird sehr super spannend, wie da Tesla die Ausrichtung ist. Und wenn man sich den Drohnenflug mal anschaut von Grünheide, da kennt man ja ganz klar, ich weiß nicht, ob du sogar vor Ort warst damals bei der Eröffnung, da war es ja auch so, dass wesentlich viel Platz noch war. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da noch einiges unterbekommt. Und also ich würde behaupten, dass da schon längst die Vorbereitung auch, also von dem Volumen her schon geschaffen wurde, dass man die Straßen einrichtet für weitere Produktionen. Vielleicht wird ja, also ich weiß nicht, Model 3 soll ja bestimmt auch irgendwann mal in Grünheide hergestellt werden oder dass man die Fahrzeuge dann über eine laufen lassen kann. Ich weiß es ja nicht. Was ich nur mitbekommen habe, war jetzt diese Riesenpresse für den Cybertruck. Das habe ich mitbekommen, die da jetzt wohl schon von Italien unterwegs ist oder schon aufgebaut wurde in Italien, glaube ich zum Teil. Da gab es dann ein paar Twitter-Bilder und das wird ja super. Also krass, was die da mittlerweile auf dem Wahnsinn haben. Ja, das wird definitiv spannend. Ich denke, das neue Modell, das günstigere Modell, auf das ja alle warten so ein bisschen, das kommt, ich denke, Tesla hat das schon in petto eigentlich. Ich denke, das ist mehr oder weniger fertig und sie bringen es nicht, weil sie im Moment das noch nicht nötig haben. Weil einfach die Auslastung der Fabriken so hoch ist, und sie weiter die Produktion da hochfahren können, dass das noch nicht Sinn macht, das jetzt schon zu bringen. Sie haben ja mal so 2024 als Produktionsraum gerüchtemäßig in den Raum gestellt. Es gab zumindest Gerüchte darüber. Ich weiß gar nicht, ob Elon das auch tatsächlich gesagt hat. Vielleicht beim Cyberchark, beim Cyber-Rodeo in Texas, als sie die Texas-Fabrik geöffnet haben. Ich glaube, der Sprache von 2024, was die Produktion angeht. Und das halte ich nach wie vor auch für realistisch, denn das wird auch sehr stark durch die Rezession dann eben beeinflusst werden. Meines Erachtens wird Tesla hier schauen, wie sehr eben die Nachfrage dann vielleicht auch nachgibt, wie sehr sie mit den Preisen runter müssen und ob sie dann die Kapazitäten fabrikmäßig auch haben können, um so ein neues Modell dann zu starten und dann aus dem Hut zu zaubern. Ich glaube auch, dass sie das sehr, sehr kurzfristig machen werden. Also dass der Zeitpunkt der Ankündigung des Modells und Zeit und Start der Produktion, dass die sehr, sehr nah beieinander liegen werden. So ein bisschen wie beim Model Y vielleicht. Da haben sie da auch eben nicht sehr viel Zeit vergehen lassen. Und ja, einfach damit sozusagen auch nicht Model Y und Model 3 zu sehr darunter leiden. Weil wenn Tesla sagt, hey, wir bauen jetzt ein Auto, das kostet 10.000 Euro weniger, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann der ein oder andere sagt, brauche ich eigentlich so ein großes Auto oder reicht mir nicht doch ein kleineres? Dann warten die wahrscheinlich eher oder weniger auch da drauf. Dann werden diese, es gibt ja diese Art, wie nennt man das? Und man hat da einen gewissen Ausdruck für diese Osborne. Osborne? Heißt das nicht irgendwas mit Osborne? Ja, der Effekt, dass dann die Leute die Autos nicht mehr kaufen, weil sie aufs Neue warten. Ja, genau. Ja, das muss natürlich verhindern werden. Und deswegen, das hat Tesla, richtig, das hat Tesla immer so gehandhabt, wie du es schon sagst beim Y, dass sie halt gesagt haben, mach mir jetzt einfach so, zack, kommt rein. Und damit die Leute gar keine Chance haben, erstmal jetzt hier stornieren oder warten oder sonst irgendwas, sondern direkt einfach rein. und ja, das finde ich spannend. Obwohl ja beim Model 3 und Model Y muss man schon sagen, dass gar nicht so unbedingt eingetreten ist. Also ich glaube, dass das Model Y nicht so sehr das Model 3 kannibalisiert, wie man vielleicht befürchtet hatte bei Tesla. Also die verkaufen trotzdem noch relativ viel Model 3 dafür. Ja, auf jeden Fall. Also was ich aber allerdings durch die Community extrem mitbekommen habe, ich denke mal, das wird bei dir auch gewesen sein, dass du das von den einen oder anderen gehört hast, dass sehr viele Model 3 Besitzer, die schon so ein oder zwei Jahre oder ein halbes Jahr ihr Fahrzeug hatten, dass die aktiv von Tesla Deutschland angesprochen wurden, hey, wollen Sie nicht mal eine Y-Probe fahren? So zu sagen quasi das Auto neu bewerben, die Leute zum Kauf eines Y bringen, nicht zwingen, um Gottes Willen, aber bringen, um zu sagen, hey, guckt doch mal, vielleicht ist der ja was für euch. Das habe ich extrem bei mir mitbekommen. Und da wurden auch richtig Werbedeals quasi gefahren mit, ja, du kriegst dann einfach ein bisschen Rappertier, wir nehmen einen guten Preis für deinen Wagen oder verkauf ihn doch nach Skandinavien, das läuft doch ganz gut. Also das sind so wirklich aktive Sprüche gewesen. Fand ich auf der einen Seite seltsam, weil man es nicht kennt von anderen Autoherstellern. Auch ich fahre ja jetzt schon über 20 Jahre Fahrzeuge und muss sagen, das habe ich so nie erlebt. Also da hast du vielleicht mal, wurdest du mal eingeladen zur Probefahrt, zum neuen Modell, aber das war dann nicht so von wegen, hey, bestell es doch gleich und nimm es am nächsten Wochen mit oder so. Also das gab es da eher nicht so. Deswegen war das schon sehr, sehr interessant. Ja, interessant. Habe ich gar nicht so erlebt, aber ja, das ist klar. Tesla will natürlich auch neue Autos verkaufen. Macht vielleicht dann auch da Sinn, dass sie die Bestandskunden fragen, ob sie nicht doch mal wechseln wollen. Wobei man ja auch immer sehen muss, dass sie beim Model Y mehr Marge machen als beim Model 3. Und von dem her, dass dann für Tesla wahrscheinlich gar noch interessanter ist, das Model Y zu verkaufen. Jetzt haben wir schon ein bisschen vorweg gegriffen mit dem neuen Modell. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Denkst du denn, dass die das ankündigen werden 2023? Vielleicht nochmal, um die Vorhersage zu treffen. Also ich sage, ja, Ende 2023 könnten wir darüber was hören. Das wäre auch meine, ich sage jetzt mal, Voraussage, dass wir 2023 davon was erfahren. Ich denke auch eher Ende 2023, dass sie da vielleicht das sagen, aber nicht direkt schon sagen, dass du den kaufen kannst oder sowas, sondern eher, dass sie das sagen, ja, wir sind im Zeitplan, 2024 geht's los oder sowas. Ich denke auch, ja, das ist so meine Voraussage für das kleine Modell oder für das, ich weiß jetzt nicht, ob man es kleine Modell nennen sollte oder fürs günstige. Man weiß es nicht so genau, weil es könnte auch nochmal was ganz anderes sein auch, weil zum Beispiel der Tesla-Van steht auch noch auf der Warteliste bei mir und Robo-Taxi-Plattform haben sie auch gesagt. Das heißt, wie schaut die Robo-Taxi-Plattform aus? Du meinst jetzt so ein richtiges Wohnmobil, meinst du jetzt sowas? Ja, so ein Sprinter, so ein Sprinter-Ersatz. Ah, okay, ja, das ist auch interessant. Ja, das habe ich so noch nicht auf dem Schirm gehabt. Da war ja auch dieses eine Bild von diesem Mini-Semi-Truck. War das irgendwie nur ein Fake oder war das ein ernstzunehmendes Fahrzeug, was man da gesehen hat? Nee, das war, glaube ich, nur ein 3D-Render von irgendeinem Fan, der das gemacht hat. War nur so ein 3D-Render, okay, alles klar. Ich habe schon gedacht, so weiß halt auf Twitter, man weiß ja nie, ob das dann da, ne, reingespült oder reingespült. Aber das sah gut aus. Also das ist schon interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was mich da nur beim SEMA-Truck, der wird ja jetzt auch, haben wir ganz vergessen, der wird ja auch ausgeliefert, gehört ja auch immer ins der Tesla-Flotte. Und da hat ja PepsiCo, wie gesagt, die ersten Fahrzeuge jetzt in Empfang genommen. Was ich da noch interessant fand, war die Aussage, wird das denn in Europa zu sehen sein? Und ausgeschlossen ist es noch nicht. Man hat jetzt nur halt erstmal den amerikanischen Markt fokussiert wegen auch der Ladeinfrastruktur. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ja, das habe ich auch ziemlich extrem verfolgt. Das darf man auch nicht vergessen. Wir gucken immer so auf die kleinen Fahrzeuge, aber SEMA ist ja jetzt auch, klar, das ist ein klein Produktions, würde ich jetzt mal sagen, Marge oder Menge, die da kommt. Aber das darf man nicht vergessen. Das ist halt ein Riesending, was da jetzt gerade in Amerika auf die Straßen dann, ich fand wieder diesen Werbespot, fand ich halt wieder so toll, wie er dann natürlich mit seiner vollen Beladung von, ich weiß nicht, 80.000 Pfund oder was es da waren, genau an den Diesel vorbeizieht, ohne Geschwindigkeitsverlust den Berg hoch, was natürlich dann direkt als Werbezwecken ausgenutzt wurde, dass er auf jeden Fall pünktlich sein wird. Das fand ich halt super geil. Also, das ist halt typisch Tesla. Ja, das ist auch sehr spannend, erstens zu schauen, wie viel werden sie davon bauen auf 2023. Sie hatten eigentlich nur eine Angabe für 2024 gemacht und gesagt, da werden wir 50.000 Stück von bauen, was für die USA schon richtig viel ist. Das hatte ich mir auch mal angeschaut, also die größten Truck-Hersteller in den USA, wenn es um so Class-8-LKWs geht, die zu schwer sind auch. Der höchste, also der größte Fabrikant, der liegt da bei, glaube ich, 100.000 Einheiten pro Jahr und dann der Platz 2 ist schon bei unter 50.000. Das heißt, wenn Tesla 24 50.000 Semitrucks baut in den USA und die sind ja nur für die USA, dann sind sie da auf Nummer, dann sind sie die Nummer 2 in dem Markt für diese Schwer-LKWs. Das finde ich schon auch sehr spannend und 2023, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich habe wirklich, ja, weiß ich nicht, will Tesla das erst noch mal weiter testen selber, fahren sie da langsam die Produktion hoch, sind es 100 Stück pro Monat dann, die sie vielleicht bauen können. Ja, aber wenn sie dann 24 auf 50.000 kommen möchten, müssen sie natürlich auch schon hochfahren damit. Das heißt, vielleicht sind das schon auch durchaus ein paar Tausend Stück, die wir da sehen werden. Finde ich interessant und nochmal, um auf das Thema von den neuen Modellen zurückzukommen, hat mir auch besonders, ja, eingeleuchtet oder vielleicht hat mich besonders angeteasert, muss man vielleicht eher sagen, dass Franz von Holthausen bei einem Interview gesagt hat, dass er über ein Modell noch nicht reden darf und über ein anderes Modell dann eben aber schon, das klang so ein bisschen danach, als ob es halt mehrere Modelle gibt, die kommen werden und da könnte man dann eben an so ein Kleinfahrzeug denken, ich würde mir aber auch überlegen, wie schaut denn so eine Robotaxi-Plattform aus? Ist das nicht vielleicht eher ein Formfaktor, der an so einen Van erinnert, wo dann eben mehr Leute reinpassen, wenn das autonom unterwegs sein soll und darüber könnte man sich dann auch sehr gut vorstellen, dass es eben auch so einen Lieferwagen geben könnte, der dieselbe Plattform hat wie eben dann das Robotaxi. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also was man auch nicht unterschätzen sollte, ich habe das jetzt mal für mich einfach mal, weil wir ja heute über das Thema reden wollten, vorgegriffen, man hört ja immer so, dass zum Beispiel auch elektrische Fahrzeuge für den öffentlichen Nahverkehr oder sowas eingesetzt werden sollen. Ich denke mir, dass vielleicht Tesla sogar die Cybertruck-Plattform nimmt, dort wie gesagt diesen Art Van für mehrere Insassen draufsetzt und das dann halt auch sogar an die Städte verkauft. Kommunen, jetzt vielleicht in Deutschland nicht unbedingt, die werden da wahrscheinlich als allerletztes drauf springen, aber ich denke da so an so Sachen wie in Shanghai, wo über 15.000 Nahverkehrsbusse bereits elektrisch unterwegs sind. Wie sieht das dann hier vielleicht auch oder in Amerika aus? Das ist ja dann auch, das zählt ja alles zu Tesla, auch zum Tesla-Wachstum. Wäre ja auch eine spannende Geschichte. Also gerade Robo-Taxi, dann sind wir ja schon dabei. Ja, ich denke, die Plattform, die muss natürlich vor allem auch günstiger werden und es schaut, wenn sie wirklich autonom fahren, soll dann vielleicht auch nochmal ganz anders aus. Das muss man halt auch in Betracht ziehen. Sprechen wir vielleicht auch nochmal über die FSD-Entwicklung und die FSD-Beta. Was ist denn deine Vorhersage oder Prognose, in welchen Ländern oder Kontinenten werden wir die FSD-Beta nächstes Jahr sehen? Auf jeden Fall in Europa. Also ich gehe ganz stark fest davon aus, es wurde jetzt ja sogar mehrfach betont, dass es schon seit längeren geheime Tests in Europa gibt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie in Deutschland stattgefunden haben, aber dass sie auf jeden Fall in Skandinavien oder auch in England, weil England ist immer wieder sehr oft gefallen. Dort auch, es ja auch so Sachen gefallen sind, wie das bereits Schilderkennung von diesen digitalen Anzeigen, die man oben kennt, wie wir auch in Deutschland sehr oft haben, wo man halt jetzt, wo halt quasi nach Verkehr die Geschwindigkeit angepasst wird und das in England sogar schon funktioniert. Ich gehe davon aus, dass diese Tests, dass das alles damit zu tun hat und deswegen gehe ich davon aus, dass man in Europa vielleicht sogar, wird Australien noch eher da sein, weil Australien ist ja jetzt auch mittlerweile Zulieferungsland von Tesla, was jetzt von Shanghai aus glaube ich werden die beliefert, soweit ich weiß und das ist auch nochmal interessant, das heißt, selbst wenn die Nachfrage in China oder generell in Asien nicht mehr so hoch ist, dass sie dann halt jetzt nach Australien runtergehen, was da jetzt natürlich dann logischerweise nicht so viele Leute oder so viel sag ich mal verkauft wird, aber das halt auch gerade in so wärmeren Regionen, das sieht man halt immer wieder, früher gab es keine Wärmepumpe in den Fahrzeugen, was einfach nicht relevant war, in Kalifornien ist es immer warm gewesen, da wo die meisten Tesla Model X und S damals rumgefahren sind, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Sache und deswegen jetzt ist man in Skandinavien sehr viel unterwegs, da musst du halt einfach eine Wärmepumpe auch haben und das hat jetzt auch wieder bewiesen, dass man, ja, dass das einfach wichtig ist und deswegen FSD würde ich sagen, definitiv in Australien dann wahrscheinlich schon Tests und auf jeden Fall Europa, doch. Shanghai kann ich schlecht einschätzen, also China generell kann ich schlecht einschätzen, weil ich dort die Politik nicht so einschätzen kann, wie das da mit FSD ist. Ja, ich glaube schon, dass die das da bringen. Ich glaube, dass die da durchaus auch aufgeschlossen sind und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auch in China die FSD-Beta nächstes Jahr an den Start bringen. In Europa, ich bin da noch ein bisschen, ja, vielleicht nicht so ganz optimistisch, also UK auf jeden Fall, das glaube ich ist gesetzt und die haben es da eben auch einfacher durch den Brexit, aber Norwegen war immer auch noch im Fokus und Elon hatte darüber auch mal gesprochen, dass sie in Norwegen das starten möchten, sozusagen im Pioniersland der Elektromobilität auch und ja, ich würde mir sehr wünschen, dass es klappt, ob es dann wirklich so weit kommt, ja, hängt eben von der EU ab und nicht von Tesla, die Tests, wie gesagt, hast du vollkommen recht, die haben wir gesehen, es gab auch Leute, die zumindest in den Bereich eingestellt wurden in Deutschland, von dem her könnte es auch sehr gut sein, dass sogar in Deutschland solche Tests durchgeführt wurden, aber das hat ja wiederum nicht so viel mit der EU Erlaubnis dann zu tun, ob sowas dann kommen darf oder nicht, dass Tesla das vorher hier testet, ist klar, naja, wir werden es abwarten, also ich bin da vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger als du, und stimmt, Australien hatte ich gar nicht dran gedacht, das kann ich wiederum schlecht einschätzen, da weiß ich, da habe ich nicht so viel Infos zu, aber China denke ich. In Australien sind auch Rechtslenker, also Linkslenker, stimmt, nee, doch, Rechtslenker, die sind auch Rechtslenker, deswegen halt wegen UK, dachte ich halt, das ist auf jeden Fall separat, genauso wie Hongkong, glaube ich, ist ja auch in der Region, die da Rechtslenker sind, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir nur Gedanken gemacht habe und ich denke einfach, dass das gerade auch in Australien, das jetzt nicht so dicht bevölkert, gerade so und klar an den Wasserseiten und sowas, ansonsten würde ich sagen, also ich sehe das schon in Europa, das Problem, also ich verfolge halt auch die FSD-Beta in Amerika extrem, fand auch sehr gut, da sind einige Reviewer, die jetzt auch ein bisschen darüber so richtige Reviews gemacht haben und da gibt es einige Kanäle, die das wirklich ja wöchentlich testen oder je nach neuen Updates direkt wieder immer dieselben Routen fahren, was ich höchst bemerksam finde, wirklich sehr bemerkenswert. Du bist ja mit Sicherheit auch schon mal mit unserem Autopiloten in den Kreisverkehr gefahren, bis er dann wildreind aufhört und dir einfach das Steuer über, also wirklich sagt so, du musst jetzt und in Amerika, also Kreisverkehr, Wahnsinn, die haben ja auch welche, es gibt halt selten welche dort, aber es gibt welche und der meistert das einwandfrei, also wirklich. Ja, klar. Wirklich sehr klasse. Was man in Amerika auch viel hat, was ich auch sehr oft sehe, sind Straßen, die nicht, keine normale Kreuzung oder wo halt so wie eine T-Kreuzung oder so, sondern die haben so sternförmige Straßen und das gibt es ja hier in Deutschland gar nicht, also ich kenne jetzt keine, hier Kölner Raum oder so gibt es das fast nicht, es sei denn, du hast da einen Wendekreis, aber das ist wirklich extrem, wie gut der das macht, also der kann genau einschätzen, wann er welche Straße, wie nimmt, das ist echt gut geworden. So, Wahnsinn. Ja. Aber ich sehe es halt, das ist so, man muss halt ganz klar sagen, in Deutschland hast du, also ich kenne hier auch einen, der auf YouTube Videos dreht, der hat 2019, der hat auch noch das Pre-Facelift Model 3 und der hat damals auch FSD dazu gekauft, noch für 6.200, 300 Euro hat es damals gekostet, glaube ich, und das ist halt immer noch nicht da und das ist halt schon, muss man also, so gut ich Tesla auch finde, aber irgendwie sollte man da vielleicht mal ein Goodie oder so, dass da, weil die wurden ja auch noch beschnitten, jetzt mit der Autobahn, dass du halt diese Autobahnausfahrten nicht mehr so wirklich nehmen kannst und sowas, weiß ich nicht. Ja. Also FSD würde ich aktuell, würdest du es empfehlen, jemanden jetzt mitzukaufen? Nee, ich denke nicht. Nee, also das würde ich nicht empfehlen. Ich habe es selber auch nicht gekauft. Das ist, wenn man das kauft, tatsächlich eine Wette auf die Zukunft, die sehr ungewiss ist, weil die EU-Regulierung das einfach so schwierig macht, dass wir nicht genau wissen, wann wir zumindest dann auch in den Genuss der FSD Beta kommen würden, geschweige denn vom vollautonomen Fahren, denn bis dahin dauert es halt dann nochmal eine ganze Weile. A, muss das Tesla erstmal schaffen, das haben sie auch noch nicht und zweitens muss es dann auch noch genehmigt werden und die Frage ist dann einfach, wie lange habe ich das Auto, nachdem die Software-Lizenz ja ans Auto gekoppelt ist und nicht an meine Person und Tesla das auch garantiert niemals ändern wird, denn dazu haben sie einfach überhaupt keinen Anreiz. Ja, von dem her würde ich das aktuell noch nicht empfehlen, außer wenn man denkt jetzt oder wenn Tesla jetzt zum Beispiel nochmal eine große Preis erhöht, machen würde und sagen würde, FSD Beta kommt nach Europa, wir fangen mit Norwegen an, jetzt kostet es dann nicht mehr 7.500, sondern halt 15.000 Euro. Dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber vorher denke ich sicher nicht. Ja, und es gibt ja auch noch die kleine Variante des Enhanced Autopilot-Pakets, gut, darüber finde ich jetzt, für mich habe ich da auch keinen großen Mehrwert von aktuell, das muss halt dann jeder auch selber wissen, ob er da Lust drauf hat. Ich denke durchaus, dass das auf der Autobahn zum Beispiel dann mit dem Spurwechsel schon nochmal angenehmer ist, was beim Autopilot ja so allein heute noch nicht funktioniert. Ja, da kann ich mal was zu sagen, ich habe es selber ja nicht und der Wagen, also das Model X, was ich ja hatte, da nochmal ganz kurz vorweg für die Zuhörer und Zuschauer, die das jetzt nicht wussten, der war nur geliehen, deswegen rede ich da immer in der Vergangenheitsform und der hatte das, der hatte auch komplett, also volles Potenzial für autonomes Fahren und auf der Autobahn, wenn jemand viel Autobahn fährt, also ich kenne da zum Beispiel auch aus meiner Community, die schaffen das locker 50.000, 60.000 im Jahr zu fahren aufgrund der Arbeitsstrecke, das ist wirklich ein Mehrwert. Also ich muss aber sagen, der Spurwechsel, bei fünf Spurwechseln musste ich halt, ja so zwei musste ich eingreifen, aber ansonsten, wenn die Bahn wirklich frei ist oder generell, der macht das echt gut, also das ist ein wirklicher Mehrwert, diesen, also ich möchte schon fast behaupten, wenn ich täglich Autobahnen fahren würde, hätte ich den wahrscheinlich auch, ja, allein schon, weil dann der Autopilot nicht immer aus- oder angemacht werden muss, das ist schon doch, auch der Spurwechsel, wie er den macht, das ist schon, er schlägt den auch selber vor, wenn man zum Beispiel per Route fährt, dann wird er vorgeschlagen, dass er den machen soll, er wird dann auch nicht zum Mittelspurschleicher, er fährt nämlich automatisch, gibt dir dann, komm, fahr jetzt rüber, es ist frei, dann macht er das auch, also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Du musst aber noch den Blinker setzen, glaube ich, um zu bestätigen, ne? Genau, wenn er dir den vorschlägt, heißt das nicht, dass er den schon macht, sondern du bist dann drauf, den Blinker jetzt zu setzen und dann musst du auch noch leicht lenken in die Richtung, wo der Spurwechsel gemacht werden soll und dann macht er den. Okay. Aber das ist wirklich sehr gut. Ja, das gibt es in den USA auch schon nicht mehr, Da macht er einfach automatisch alles. Aber das darf er hier auch nicht. Ja. Deswegen, naja. Aber ja, definitiv sicher, Mehrwert denke ich auch. Das kann ich mir gut vorstellen, dass jemand, der viele Autobahnen fährt, dem das Fahren dann schon nochmal erleichtert. Und ja, kann man sich überlegen. Reden wir nochmal vielleicht zum Schluss über die Tesla-Fabriken, denn dort werden auch welche kommen, also zumindest angekündigt werden, denn sonst wird auch Tesla diese 50% Wachstum in den nächsten Jahren nicht herkriegen, wenn sie nicht weiter massiv Kapazität ausbauen. was denkst du, was haben wir für Fabrikankündigungen und wie viele vielleicht auch? Ich hatte tatsächlich nur von, also der Indien-Geschichte hatte ich gehört, da ist aber wohl direkt eine Sperre gekommen, dass das dann seitens Indien nicht so hingekauert, nicht geklappt hat. Und ich kenne dann jetzt aktuell nur Mexiko, was angesprochen wurde. Und ich gehe auch davon aus, dass das, also geografisch macht es natürlich Sinn, ich weiß jetzt nicht, wie die Kaufkraft in Südamerika ist, das kann ich ganz schlecht einschätzen, da habe ich halt auch keine Kontakte hin oder sowas. In Indien hin, muss ich sagen, bei einer weiteren Milliarde Einwohner, ich kenne jetzt von Indien, dass man halt sehr, sehr viele Kleidungsstücke, ja sag ich mal, weltweit exportieren, generell Stoffe sind dort extrem, deswegen, also von einem Land, was ich das nicht leisten könnte, würde ich da nicht sprechen. Das ist vielleicht nicht, sag ich mal, die Massenmarkt, aber bei einer Milliarde, wie gesagt, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ich weiß nicht, ganz Europa kommt nicht ganz auf eine Milliarde, also von daher würde ich schon sagen, ja, also wie gesagt, Mexiko kenne ich und diese Indien-Geschichte, aber ja. Ja, ich denke, es gibt halt ganz viele Orte, die im Gespräch sind, weil Tesla sich natürlich weltweit umschaut und da haben sie sicher Diskussionen mit Indien geführt, und in Mexiko gab es ein paar konkretere Gerüchte, aber auch immer nur noch, also von Tesla hat man da nichts gehört, sondern das waren auch nur Artikel, die in der Lokalpresse dort liefen, dass Tesla hier Grundstücke kaufen wird und hier auch eine Fabrik baut. Es wurde sogar schon von Investitionsvolumina gesprochen und so weiter. Also das scheint schon vielleicht etwas wahrscheinlicher zu sein. Was das aber genau für eine Fabrik ist, das weiß man eigentlich nicht. Es gibt dort Zulieferer, die Tesla schon hat und natürlich wäre das Interessante an Mexiko, nicht nur der südamerikanische Markt, der ist sicher auch interessant, aber auch der nordamerikanische, denn so weit ist das von Texas gar nicht weg und die Zulieferer liefern ja da dann quasi schon an die anderen Tesla-Fabriken in den USA von dem Standort aus und natürlich gibt es auch für die Produktion in Mexiko die Förderung der USA. Das darf man nicht vergessen, denn zum Beispiel die Förderung in den USA, die wurde ja vor allem auch nicht für Tesla konzipiert, obwohl Tesla davon am allermeisten profitieren wird, sondern eher für GM und auch Ford und die produzieren bereits natürlich in Mexiko wie ganz viele Automobilhersteller und da war das natürlich für die extrem wichtig, dass auch Produktionsfahrzeuge, die in Mexiko hergestellt werden, trotzdem als nordamerikanische Produktion gelten und deswegen auch gefördert werden und ich denke, von dem her macht das für Tesla durchaus auch Sinn, ob das jetzt eine Gigafactory wird, Fahrzeugproduktion oder ob sie dort vielleicht erst den Semi-Truck herstellen, das sei mal dahingestellt und das ist auch noch überhaupt nicht klar. Ansonsten habe ich auf dem Schirm Kanada, weil dort schon Leute eingestellt wurden, die im HR, also Recruiting-Bereich sozusagen Masseneinstellungen durchführen sollten und es gibt auch eben ein sehr gutes Zulieferer-Netzwerk, was die Batteriezulieferkette angeht in Kanada, von dem her würde das sicher auch Sinn machen und ja, Südkorea ist glaube ich auch noch ein ganz heißes Eisen und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sie in China noch eine Fabrik bauen, also die Frage ist für mich eher, wie viele Projekte werden sie angehen und um mich jetzt hier mal festzulegen, würde ich sagen, das Jahr 2023 gibt es mindestens zwei Gigafabrik-Ankündigungen und ich sage jetzt mal einfach Kanada und Südkorea, aber wie gesagt, Mexiko vielleicht für den Semen-Truck. Ja, Mexiko, wenn du das so sagst, was mir jetzt auf dem Schirm ist, wäre vielleicht, wenn es Zulieferer vielleicht auch nur Fabriken für Batteriemodule, denn was wir nicht vergessen dürfen, Tesla ist ja auch groß in diesen Batterie-Pack-Systemen drinne und dass sie da diese Mega-Packs bauen, also Mega-Packs wird es glaube ich genannt, die dann mal eben auf so und so viel Megawatt kommen, dass das vielleicht sogar im Gespräch ist, muss ja nicht unbedingt eine Gigafactory sein für Autos, die in Mexiko entstehen, das könnte ja sein, dann wenn du sagst, Kanada, wie gesagt, das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dann würde ich mich auch festlegen und würde sagen, ja, wir sehen also ich bin dann auch zwei, vielleicht sogar drei Ankündigungen und ich würde mich auch festlegen, gerade weil es bei China sehr gut läuft, dass die da, also man hört da auch wenig Gegenwind, sondern eher mehr Wachstum, mehr Ja, wir wollen, soweit ich weiß, Kettle baut ja jetzt glaube ich direkt neben der Tesla-Fabrik in Shanghai ein Riesending, das wird von dem Kollegen YouTube Wawu, glaube ich, heißt der, der zeigt das da immer und da wird jetzt Kettle extrem hochgezogen ich denke, dass das dann auch, ja, dann würde ich sagen, Kanada, dann wie gesagt Mexiko, das mit der Batterie-Geschichte und ja, ich würde dann sagen eher China anstatt Südkorea, das würde ich so sagen, ja. Okay, alles klar, ja, wir werden sehen, also mit dem Semi-Truck in Mexiko, das war ja eine Vermutung, weil in der Presse irgendwo stand, dass sie dort eine Art LKW oder ja, schweres Fahrzeug bauen werden, deswegen haben dann viele Leute auf den Semi-Truck getippt, ja, ob dann dazu noch Zellproduktion kommt, man weiß es nicht, ich glaube im Moment sind sie da in Fremont und Texas gut beschäftigt mit, aber ja, warum nicht, sie wollen ja in USA unglaubliche Zellproduktionen durchführen, auch gerade, weil eben die Förderung so stark dort ist und ja, wir werden sehen, wie sie das in den nächsten Jahren weiter Ich wollte gerade sagen, die Zellproduktion für Amerika wurde ja jetzt auch neu angesetzt, soweit ich weiß, das haben wir irgendwie mitbekommen, ich glaube, du hast ja sogar darüber berichtet. Ja, die wollen das, dass sie dann neue Förderungen haben. Ja, die kriegen eine massive Förderung, also es ist unglaublich, was die USA da machen, um einfach diese Lieferkette in die USA zu holen, weil die zum Teil eben oder zum Großteil eben zur Zeit in China ist und da hat die USA natürlich ein großes Problem mit, sie wollen da Unabhängigkeit erreichen und dementsprechend das wirklich tatsächlich in die USA alles holen und da wird das gefördert, das, also es ist Wahnsinn. Ja, das ist richtig krass. Ja, weil das fiel mir jetzt gerade ein, wo du das nämlich gesagt hast, dass ich meine, du hättest da auch darüber berichtet, weil wie gesagt, ich höre natürlich auch deinen Podcast logisch. Da fällt mir eine Sache ein, vielleicht können wir das mal an die Community geben über deinen Podcast jetzt, weil ich denke mal, dass ja viele von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch das wahrscheinlich im Auto hören. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich höre sehr viel Podcast und ich höre die immer mit 1,8er Geschwindigkeit und da ist mir aufgefallen, dass man leider in Spotify, im Tesla selber keine Geschwindigkeit machen kann. Das stimmt. Deswegen mache ich das dann über mein Telefon und es ärgert mich so ein bisschen. Das war mal drin, es gibt Bilder aus 2021, da war das mal drin, ja, das habe ich gefunden und das Problem ist ja wirklich, das stört mich, das ist wirklich so, auch so immer wieder so ein Minuspunkt, wenn mich einer fragt, so ja, du erzählst immer alles sei perfekt, ich sage, nee, ist nicht alles perfekt, genau diese eine Sache stört mich wirklich extrem, weil, ja, der Spotify-Account ist ja gut und schön, aber das nützt mir leider nichts, wenn ich diese eine feine Sache, natürlich höre ich auch Musik, aber meistens höre ich halt wirklich gerne Podcast und da ist dann diese eine Feindlichkeit, ja, die stört mich so ein bisschen. Ja, kann ich gut nachvollziehen, ich höre die meisten Podcasts auch schneller, je nachdem, wie schnell die Person redet, aber, ja, absolut, ja, ich fahre zurzeit nicht so viel Auto, deswegen stört mich das im Auto nicht so und man kann es ja, wie gesagt, auch über das Handy zur Not lösen, so wie du das auch machst. Klar, das wäre ein schönes Feature, können wir mal auf die Liste schreiben und vielleicht dann Elon twittern, vielleicht liest das ja jemand und das wäre sicher wünschenswert. Ja, super, jetzt haben wir, glaube ich, schon über das Allermeiste gesprochen, vielleicht noch eine etwas wilde Vorhersage und zwar wäre das nochmal, was die Produktionszahlen angeht, das Model Y, ja, also wenn Tesla das schafft, 2,1 Millionen Autos nächstes Jahr zu bauen, dann wird das Model Y das meistverkaufte Auto der Welt. Das ist einfach so, ja, einfach weil die von den Volumina dann so hoch sind, dass sie auf jeden Fall da die Nummer 1 werden. Das ist schon fast gesetzt, würde ich sagen, vor allem, wenn Tesla halt... Nach zwei Jahren, ne? Nach zwei Jahren, muss man, oder drei Jahre sind es, Entschuldigung, drei Jahre, 2020, Release, ne? Wenn man bedenkt, es gibt weit andere Autohersteller, die seit längeren Autos bauen, also wenn ich jetzt nur mal, nehmen wir mal unsere Volkswagen mit Käfer oder VW, Golf und so, das ist schon krass, also muss man sich nur mal vorstellen, ne? Jetzt ist sogar schon, was den Umsatz angeht, das stärkste Auto dieses Jahr, weltweit, weil es sozusagen dadurch, dass es relativ teuer ist, halt den allermeisten Umsatz generiert, dass ein Autohersteller mit einem einzelnen Modell macht, also da ist es schon auf Platz eins, das ist erreichbar, hat Elon gesagt und ich denke, das wird auch definitiv so sein und dann eben auch, was die Stückzahl angeht, nächstes Jahr, jetzt ist aber halt die Frage für mich, wie ist das denn in Deutschland, also nur mal im September wurde das, jetzt muss ich aufpassen mit dem Monat, aber ich glaube September war es, ja September, ich glaube September war der stärkste, war das Model Y bereits das meistverkaufte Auto in Deutschland, natürlich nur in einem Monat, natürlich war es das Ende vom Quartal und wir wissen, dass Tesla da immer besonders Gas gibt, aber trotzdem, ich meine, es ist nicht nur das bestverkaufte Elektroauto, das ist ja eh klar, es ist halt auch das bestverkaufte Auto überhaupt und das finde ich schon krass, dass Tesla hier zum ersten Mal in Deutschland den Golf zum Beispiel geschlagen hat, der da eigentlich seit gefühlt 40 Jahren auf Platz 1 steht und die Frage wäre jetzt, schafft es Tesla mit dem Model Y auf Platz 1 in Deutschland insgesamt nächstes Jahr? Nur mal, vielleicht weil du es nicht im Kopf hast, jetzt aktuell nach dem November hat der Golf 77.419 Einheiten abgesetzt in Deutschland auf Platz 1 und dann gibt es auch andere sehr starke Modelle von VW wie den T-Rock oder den Tiguan, die sind auch schon bei 54.000 oder 52.000 Einheiten und wir haben ja noch den Monat Dezember, der sicher auch stark wird, das heißt der Golf, der wird vielleicht bei 85.000 landen dieses Jahr. Das ist schon ein großer Einbruch auch im Vergleich zu den letzten Jahren, denn der Golf war früher noch viel stärker und ja, jetzt wenn ich mir Tesla anschaue, die liegen dieses Jahr am Ende November mit dem Model Y bei 28.000 Stück und wir haben jetzt den Dezember noch, der meines Erachtens richtig stark wird, also weiß ich nicht, 10.000 durchaus möglich, Model Y könnte ich mir vorstellen, also werden sie dann schon bei vielleicht 35 oder 38 mal sehen dieses Jahr. Können sie nächstes Jahr den Golf schlagen? Das ist meine große Frage. Was denkst du? Ich sage ganz klar ja und ich erkläre auch schon, warum. Ich gehe davon aus, dass das Model Y Standard, nennen wir es jetzt mal, es heißt ja nicht mehr Standard, es heißt ja Model Y, also nicht Long Range, nicht Performance, kommt ja jetzt auch aus Shanghai. Bis jetzt, ich glaube ab Januar, glaube ich, fangen die Ersten an, Januar, Februar kommen die Ersten rüber und auch wenn es nur 3.000 Euro Unterschied sind bei uns in Deutschland, in ganz Europa ist es überall ein bisschen mehr die Marge. Ich gehe davon aus, dass das den Preis irgendwann senken wird und die Nachfrage damit hier zu erhöhen. Das Problem in Deutschland, was wir immer noch haben, ist, dass viele halt denken, ich brauche unbedingt viel Reichweite. Mittlerweile relativiert sich das aber, dass viele umdenken und gar nicht mehr diese Reichweite brauchen. Wo ich mir eher Sorgen mache, ist, dass der hohe Strompreis, den wir jetzt 2023 zahlen werden müssen, dass das wahrscheinlich nochmal so einen Dämpfer gibt bei den Verkaufszahlen. Wäre das jetzt nicht so eingetreten, so siehe auch Skandinavien, die jetzt nicht mal eben, also ich weiß von Norwegen, die hatten 6 Cent pro Kilowattstunde, die sind jetzt mal eben um fast 200, 300 Prozent teurer geworden, die sind da bei 40, 50 Cent mittlerweile. Also das ist schon extrem, also dass man da jetzt mal von solchen Daten spricht. Und ich denke, dass das auch ein bisschen so in Deutschland, aber ja, sie werden nächstes Jahr gesamt gesehen, 2023, wenn sie den Golf schlagen. Also mit dem Y. Ich denke das auch. Ich glaube auch, dass das nächstes Jahr klappen könnte. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass wir durch Rezession da ein großes Fragezeichen natürlich dahinter machen müssen, aber Elon hat eben auch gesagt, dass er die Volumina über die Margen stellt. Das heißt, im Zweifelsfall wird Tesla dann hier ganz stark den Preis senken, um die Fahrzeuge einfach loszukommen und vielleicht auch wieder freie Supercharging einführen oder also zumindest einen Teil von Meilen gutschreiben, wenn man ein Auto nimmt. Und ich denke da auch nochmal ein bisschen anders, weil ich halt an Berlin denke. Und wenn wir jetzt diese 3.000 pro Woche nehmen und was dann 150.000 pro Jahr hochgerechnet sind, Tesla wird da weiter massiv das nochmal vorantreiben, dass die Produktion weiter hochläuft. Ich denke, sie werden 250.000 Autos in Berlin bauen nächstes Jahr und die müssen irgendwo hin. Und am einfachsten ist es für Tesla natürlich und auch am günstigsten, die in Deutschland zu verkaufen, die direkt von Berlin aus der Fabrik weg zu verkaufen. Und ja, der Golf hat vielleicht dann dieses Jahr 85.000 Stück gemacht. das ist sehr viel. Aber wenn ich jetzt mir 250.000 Autos anschaue, die nach Europa gehen, aus Berlin, dann sind halt 80.000 auch gar nicht so viel und gar nicht so unrealistisch, dass sie das vielleicht in einem deutschen Markt, der immer mehr auf Elektromobilität abfährt und der auch immer mehr das Model Y im Markt wahrnimmt, weil es einfach jetzt überall zu sehen ist, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das zu erreichen ist. und das wäre natürlich der Wahnsinn. Gleichzeitig denke ich auch, dass der Golf in seiner Wichtigkeit einfach abnehmen wird, dadurch, dass keiner mehr Verbrenner kaufen will und der wird nächstes Jahr wahrscheinlich nicht 85.000 Stück verkaufen. Vielleicht verkauft er eben nur noch 60.000 und dann, glaube ich, kann das Model Y da durchaus drüber liegen. Das finde ich interessant und schön, dass wir da auf einer Linie sind. Wir werden sehen, ob es klappt. Es gibt natürlich immer große Fragezeichen, aber ich denke, es ist nicht unrealistisch. Ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alles so mal durchgesprochen. Ich hoffe, das war für euch da draußen interessant. Dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert unsere Kanäle. Das wäre ganz, ganz toll. Ansonsten wünschen wir euch natürlich schon mal einen guten Rutsch und ein ganz tolles Jahr 2023. Bleibt alle gesund, macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Danke, Ronny, an dich und bis dahin. Ciao, ciao. Danke, dass ich dabei sein durfte und auch ich wünsche allen einen angenehmen Rutsch und Dankeschön. Dir natürlich auch, David. Danke. Ciao. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla vorbei. Link gibt es unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise von dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel. Auf Wiedersehen.